In diesem Nachtrag zu Video 14 möchte ich dir zeigen, wie du direkt aus Teams OneNote Seiten in die Kursnotizbücher deiner Schülerinnen und Schüler verteilen kannst. Im Kanal Allgemein in der Registerkarte Aufgaben erstellst du nun eine neue Aufgabe. Nachdem du den Titel und die Anweisungen eingetragen hast, kannst du nun noch eine Ressource hinzufügen. Diese Ressource befindet sich in diesem Fall im Kursnotizbuch, in der Abschnittsgruppe nur für Lehrer, im Abschnitt Heimunterricht und dort möchte ich diese Seite nun verteilen. Ich klicke diese Seite an und dann Attach. Nun siehst du hier, Schüler bearbeiten ihre eigene Kopie. Das bedeutet, es wird nicht die Originalseite aus deinem Kursnotizbuch bearbeitet, sondern jede erhält eine eigene Kopie und diese wird bearbeitet. Nun musst du nur noch auswählen, in welchem Abschnitt des Kursnotizbuches deiner Schülerinnen und Schüler du diese Seite verteilen willst. Ich verteile sie in den Abschnitt Heimunterricht und erledigt. Danach kannst du noch wie gewohnt die Punkte festlegen und kannst auch unter Fälligkeitsdatum, im Gegensatz zum Verteilen direkt aus OneNote, auch die Zuweisung für die Zukunft planen. Beispielsweise für Montag 9 Uhr und Fälligkeitsdatum ist dann Freitag um 8 Uhr abends. Fertig und nun siehst du rechts oben den Button für Zeitplan. Das bedeutet, die Aufgabe wird nun unter Berücksichtigung deines eingestellten Datums veröffentlicht. Würdest du die Aufgabe sofort veröffentlichen wollen, würde hier Zuweisen stehen. Dieser Weg über Teams ist für all jene interessant, die auf eine geplante Zuweisung nicht verzichten wollen.